Mein Name ist Bettina Dorn, ich bin Schauspielerin, Regisseurin und Theatertherapeutin und die Tochter der Autorin Anne Dorn, die leider am 8. Februar 2017 verstorben ist. Ich lese einen Ausschnitt aus ihrem Text Verlust, ein Essay zum 3. März 2009. WDR 3 Nachrichten Es ist 15 Uhr. Soeben ist das historische Archiv der Stadt Köln in sich zusammengestürzt. Eingestürzt. In sich zusammengefallen. Das historische Archiv. Das Gebäude weggesackt, vornübergefallen. Eine riesige Staubwolke. Es war unmöglich. Das historische Archiv war in sich zusammengefallen. Es rauschte in meinen beiden Ohren und da war wieder der Druck auf meiner Brust, der mir die Luft abdrückte. Das Gefühl, nicht mehr wirklich dabei zu sein. Am Abend sah ich auf dem Fernsehbildschirm dieses Loch in der Häuserreihe. Nicht ganz präzise gezielt, weil links und rechts noch in die Nachbarschaft gegriffen. Erst neun, dann drei, dann zwei Menschen gesucht. Ein Bäckerlehrling und ein Student. Zwei Gesichter. So junge Menschen. Daran hielt ich mich fest. Nein, ich hielt mich bei den beiden auf. Ich habe sieben Enkelkinder und da waren zwei wie meine Enkel ganz tief unter Schutt begraben. Unvorstellbar. Aber eben Wirklichkeit. Ich hatte Schüttelfrost. Die Anwohner der Nachbarhäuser des historischen Archivs unter Schock. Ihr Hab und Gut war verloren. Ich kannte das aus meiner Jugend, diese schamlos zur Schau gestellten Innenseiten von Wohnungen. Ein Stuhl an der Wand, von der ein Fetzen Tapete herunterhängt. Es konnte einen so treffen. Jeder war sich dessen bewusst. Und jeder konnte Glück gehabt haben und sein Leben fühlen. Und darüber glücklich sein im Krieg. Aber der Krieg war am 3. März 2009 hier in meinem Lebensbereich nicht ausgebrochen. Dieser Schutthaufen war etwas Unglaubhaftes, Unglaubliches. Das mit mir und mit dem ich etwas zu tun hatte. Ich rannte in Gedanken in den Lesesaal und sah nach, ob meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weg waren. Draußen, wie im Radio gesagt wurde, da nämlich Bauarbeiter gerannt waren, gerufen, gebrüllt hatten. Und alle Menschen aus dem wankenden Gebäude auf die Straße gelangt waren. Es half mir nicht, dass ich mir das alles ausmalte. Ich hatte das Archiv im Kopf so, wie es war. Und nun eben nicht mehr war. Wie ein kleiner, schlauer Zwerg hatte sich der Gedanke, ich habe ja mein Findbuch in meine Fassungslosigkeit eingeschlichen. H-A-S-T-K, Bestand 1621, Anne Dorn, ca. 1967-2007. Ich sollte das grau gebundene DIN-A4-Heft ja auch durchsehen, ergänzen und korrigieren. Oder nun nicht? In den nächsten Tagen besetzten die Fotos der zwei vermissten jungen Männer meine Vorstellungskraft. Die Möglichkeit, sie lebend zu bergen, verschwand von Stunde zu Stunde. Sie standen durch ihren Tod im Zusammenhang mit dem Einsturz des Archivs mir auf gewisse Weise nahe. Ich hatte einen Schock. Ich musste akzeptieren, dass ich völlig unvorbereitet wen und was verloren hatte. Wenn meine Kinder fragten, was denn alles, konnte ich erst nur ach ja sagen und wild durcheinander irgendetwas benennen. Am schlimmsten ist der Verlust von den mit Absicht zurückgehaltenen Manuskripten. Ins Archiv gegeben als Anfang für irgendwann. Weil damit an eine weitere Tür geklopft war, hinter die ich schauen wollte und immer noch will. Ohne Neugier hört alles auf. Mein Humus ist weg. Von der Stadtverwaltung nach 17 Tagen noch immer kein Brief, keine Mail, kein Anruf. Hallo! Wir Autorinnen und Autoren haben zwar nicht unser Leben verloren, auch nicht unsere Wohnungseinrichtungen, unser persönliches Hab und Gut, aber die Dokumente als wesentlichen Teil von einem Leben in öffentlich einsehbarer Verantwortlichkeit. Mit der Übergabe der Materialien an das historische Archiv entstand eine besondere Beziehung zwischen uns und der Stadt. Wir warten und hoffen, dass vielleicht ein Teil gerettet werden kann. Aber wir warten auch auf ein Zeichen der Betroffenheit in Bezug auf unseren Verlust von Seiten der Stadt. Der Herr Oberbürgermeister schweigt. Als wüsste er nicht, dass wir da sind. Gott sei Dank sind Und viele Manuskripte wieder im historischen Archiv einzusehen. Also ein Großteil der Arbeit von Anne Dorn ist gerettet und kann dort wieder gesehen und eingesehen und gelesen werden. Ich möchte Ihnen gerne noch ein Gedicht vorlesen aus Ihrem letzten Gedichtband, Jakobsleiter. Schöne, wilde Welt Ich möchte dich aus meinem Kopf verlieren, aus den Gedanken, aus dem Sehnsuchtsinn, so wie ein Kind den Reifen stößt am steilen Hang. Dass er in fremde Gärten springt, nie mehr erreichbar. Du sollst aus meiner Hand entwischen, wie der Spatz, den ich vom Zaune griff und dessen Linde Wärme, die Höhle aus zwei Händen bersten ließ. Verlieren will ich dich wie einen Pfennig, von dem ich dachte, er bedeute Glück. Der Zufall schenkte ihn, er holt ihn wieder. Und wie der Wind auf sommerlichen Wiesen die Samenkugeln plündert, soll er mir auch mein Gefühl für dich zerstreuen und verwehen. Mein Schatten löst sich auf in weißes Nichts, weil eine Wolke über den Himmel zieht. Verlass mich so wie er, so rasch und ohne Gruß. Wo könnte ich dich verlieren wie ein Haar, wie einen Nagel aus dem Schuh, wie einen Pfiff aus frech gespitzten Lippen? Was wird's sein, wenn ich nun sterbe? Wo hast du dein Haus, du schöne, wilde Welt? Mein Herz schließt zu. Es schuf dich täglich neu und litt an dir, gab diesen Traum aus Dingen, Hand und Fuß und nun. Der Fliederbusch auf dem Gefährt, vielleicht auch Nessel, das ist alles gleich. Wenn du mich jetzt vergisst, ich bin schon du. So ist es mit uns. Wir sind einander sein.